Herzlich Willkommen zum Objekt der Woche. Mein Name ist Ivan Erstlitsch von Remax Together. Zum Verkauf gelangt eine 34 Quadratmeter große Einzimmerwohnung nahe dem Bestbahnhof. Vor kurzem wurde das Bad renoviert und weiters wird die Wohnung vollmobiliert übergeben. Die Lage besticht mit ihrer Top-Infrastruktur. Falls Sie hier Interesse abwecken können, melden Sie sich gerne bei einem meiner Kollegen oder bei mir. Bis bald! Einzimmerwohnung K despesst Wind